Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ben und im heutigen Video geht es wie immer um ein Depot-Update, denn das erste Quartal 2024 ist bereits zu Ende und Zeit zum Strich drunter ziehen, Fazit zu ziehen, wie ist es denn gelaufen. Wir schauen uns hier jetzt heute den März an, der letzte Monat des Quartals ist also rum und starten möchte ich ganz gewohnt in meiner Excel-Tabelle und ihr könnt das sehen, ja ihr könnt es sehen, wunderschön. Ich habe hier gleich mal auf der rechten Seite mich positioniert mit meinem Gesicht, dann verdecke ich auch nichts Wichtiges. Im März eingezahlt 1.201,69 Euro und das ist tatsächlich jetzt hier der geringste Wert für dieses Jahr. Trotz allem immer noch Überzielerfüllung, also alles, alles gut. Das müsste ich gerade mal anders einfärben. Ich glaube es ist der hier. Ja, sieht ganz gut aus. Also wir können Strich drunter machen, überall, Überzielerfüllung hinweg. 3.668,64 Euro für dieses Jahr bereits eingezahlt. Und ich würde sagen, wir sind auf Kurs. So, weiter wollen wir auch schon gleich gehen, indem wir hier zu Portfolio Performance wechseln. Und ich kann es leider schon wieder sagen, es ist nicht sonderlich viel passiert. Keine Einmalkäufe, ja, traurig, aber wahr. Keine Sparplanverdopplungen, nichts dergleichen, denn die Kurse sind weiter angezogen im März, haben sich toll entwickelt, sind mir auch teilweise schon zu schnell nach oben geschossen, wo ich dachte, okay, jetzt wird es schwierig. Jetzt haben wir doch schon den 9. April, wo ich dieses Video abdrehe und, ja, meine Vermutungen haben sich tatsächlich bewahrheitet, wir sind ein bisschen zurückgelaufen. Aber trotz allem, wie gesagt, stur und stetig. Microsoft bespart mit 50 Euro. Ebenfalls Novo Nordisk, American Tower. Dann haben wir die Unilever, United Health Group, Fastenal, die Comcast Corp, Diageo, Apple, BlackRock, Cisco Systems, Union Pacific, Honeywell, McDonald's, Texas Instruments, genau, da haben wir sie. Und die Zoetis, also 16 Sparplanaktien nach wie vor, mit jeweils 50 Euro bespart und die entsprechende Dividende aus dem Vormonat, wenn denn einer ausgezahlt wurde, in den jeweiligen Wert reinvestiert. Und so sehen wir das jetzt hier bei American Tower zum Beispiel. Durch auch einige Einmalkäufe sind jetzt relativ stark in der Gewichtung, 3,66% zum Stichtag, was war das, 31.03. Hatte der März 31 Tage? Ja, 31 Tage, genau so ist es. Und obwohl die Aktie seit letztes Jahr nicht toll performt, beziehungsweise auch ordentlich Federn gelassen hat, wir sind von über 200 Euro jetzt gefallen, auf 172 Euro. Sprich, wenn es da mal nach oben gehen sollte, sind wir gleich wieder so unter Microsoft-Niveau. Muss man jetzt also auch aufpassen. Das sind jetzt auch so die Überlegungen, die ich mir jetzt stelle, ob ich vielleicht zum Halbjahreswechsel, also zum zweiten Quartal, zum zweiten Halbjahr 2024, meine Dividenden umstelle. Und sage, okay, nicht mehr in den jeweiligen Wert, sondern auf alle Sparplanwerte werden die Dividenden umgestellt. Beziehungsweise, was mir eigentlich eher vorschwebt, ich mache das dieses Jahr genauso weiter noch. Und zum Jahreswechsel schaue ich, was habe ich an Dividenden kassiert, was ist so die Mindestdividende, die ich so in den Monaten bekomme. Und die würde ich dann eventuell wieder auf alle Titel quasi verteilen, sodass wir dann meinetwegen keine 50 Euro mehr Sparplanrate haben, standardmäßig, sondern meinetwegen 55, 60 Euro in dem Bereich. Muss man mal gucken, damit auch die ausschüttungsschwachen Titel, wie es meinetwegen ist, eine Zoetis ist ein gutes Beispiel. Lange Zeit war es auch hier eine United Health Group. Gut, jetzt sind wir hier so bei 1,5, 1,6 Prozent Dividendenrendite. Das verwächst sich halt irgendwann und dann ist eben eine American Tower, die von Haus aus 3,5 bis 4 Prozent Dividendenrendite hat oder eine Unilever mit über 3 Prozent, die steigen dadurch irgendwann mehr, beziehungsweise die kommen immer mehr frisches Kapital hinein. Obwohl sie nicht so signifikant gut wachsen wie eine United Health Group oder eine Zoetis, also die wachstumsstarken Werte, die ja eigentlich die Performance auch mitbringen, die werden in dem Moment künstlich ausgebremst und das könnte dann auf langfristige Sicht nicht so ganz interessant sein. Mir war es im ersten Moment wichtig, bei den Dividenden in den meisten Fällen zumindest mal zweistötig zu werden, dass da mal signifikante Werte hinkommen und nicht, dass in jeder Aktie da irgendwo so 400, 500 Euro rumdümpeln, sondern irgendwann mal eine signifikante Größe. Bei American Tower haben wir das, 5358 Euro sind da drin, United Health 4153 und so weiter und so fort. Selbst die kleinste Position, gut, das ist jetzt eine Villaroy & Boch mit 952 Euro, das war aber nie eine Sparplanaktie, die Zoetis wird die kleinste mit 1918,88 Euro. Das wird sonst auch ja buchhaltungsmäßig irgendwann ein Riesen-Bohai, wenn ich da 50, 60 Aktien drin habe und immer nur so 1.000 Euro oder so drin. Ist zwar schön für die Streuung meinetwegen, aber eben auch, wenn du dann jedes Mal eine Dividende von 1, 2 Euro buchen musst, ist irgendwann vom Aufwand her einfach unsexy. Deswegen habe ich da mal versucht, erstmal eine signifikante Größe bei den Titeln hinzubekommen. Das ist jetzt, denke ich, langsam geglückt. Aber ich sehe eben auch, das verwächst sich sonst, dann bekommen wir irgendwann Schlagzeite. Sprich, eine Unilever ist dann sehr hochgewichtet, obwohl sie eben sehr langsam wächst und entsprechend würde dann die langfristige Rendite oder Performance auf der Strecke bleiben. Ich würde mich also künstlich ausbremsen. Das sind so die Überlegungen an der Stelle. Genau. Neben den Einzelwerten habe ich natürlich auch wieder bespart. ETFs, breit gestreut, nie bereut. Über 1.600 Titel in einem Amundi MSCI World. Größte Position, 9,41% Gewichtung hier. 100 Euro sind da reingeflossen und nochmal 65 Euro als Beimischung in den Spider S&P PanAsia Dividend Aristocrats ETF. So wie den Invesco Fuzzi Emerging High Dividend Low Volatility ETF. Schwierig ist es aber auch. Auch da mittlerweile 5.000 Euro drin. Nicht schlecht. Genau. Sonsten haben wir die Diagramme. Und da sieht man es. Guck mal hier, der DAX ist ordentlich gestiegen. Da haben wir 4,6% Performance gehabt. Der MSCI World ein bisschen schwächer, 3,74. Der S&P 500 2,9%. Der Dow Jones mit 2,2. Die Einzelaktien bei mir 1,86%, nicht optimal. Und das Gesamtportfolio ist um 1,58% im Monat März gestiegen. Das Bild, was wir hier sehen, dass wir hier ziemlich auf der Bremse stehen, sehen wir hier auch bei der Volatilität. Relativ schwankungsarm nach wie vor das Gesamtportfolio. Wir haben hier eine Volatilität auf den Punkt von 1,5%. Dann kommt der DAX mit 1,8%. Dann kommen die Einzelaktien als separates, als Vergleichsasset. 1,98% haben wir da Schwankungen. Da wird vor allen Dingen auch Brandix und Co. mitgewirkt haben. Beim MSCI World haben wir eine Volatilität von 2,22. Der S&P 500 2,7. Und der Dow Jones mit 2,85% Schwankungen. Und hier sehen wir es auch beim Dow Jones. Hohe Schwankungen, aber nicht mal die höchste Rendite. Also das ist nicht immer so, dass das gerne nach oben wie nach unten her ausschwanken muss. Um dann eine hohe Dividende, Quatsch, Dividende Performance zu bekommen. So früh ist es doch gar nicht. Am Morgen wach bin ich eigentlich auch. Aber heute geht die Schnabbel, Schniss, wie man auf Saale nicht sagt, nicht ganz so gut. Kommen wir nochmal zu den Einzelwerten. Und da hat sich jetzt mein hoffentlich starkes Nervenkostüm zumindest mal kurzfristig ausgezahlt. Brandix führt hier die Liste an. 14,49% Kursgewinne in einem Monat. Naja gut, schaut euch diesen Chart an. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dividende wurde ja komplett gestrichen für das Geschäftsjahr. Und dieses Jahr werden wir nichts sehen. Ich denke, nächstes Jahr werden wir auch noch keine Dividende sehen. Hier geht es immer noch darum, dass wir hier die Schulden in den Griff bekommen. Hier hat man sich geeinigt auch mit den Gläubigern. Das hat alles soweit geklappt wie Stato. Und man hat hier ein Starhook-Verfahren angemeldet bei Brandix. Das kann durchaus mal sinnvoll sein, weil es eben eine Zahlungsunfähigkeit, die temporär nur gegeben ist, wenn alles andere gesund ist. Und das habe ich immer wieder bei Brandix betont. Es ist generell gesund. Ist allerdings von äußeren Faktoren, also dieses Einfrieren des Transaktionsmarkts, eben im Bereich Gewerbemobilen, wo sie eben verstärkt unterwegs sind, gekennzeichnet. Somit gab es keine Erlöse. Somit konnte man die Substanz des Unternehmens nicht schnell mal auskehren und sagen, okay, wir verkaufen hier mal das eine oder andere Objekt, um uns hier wieder liquide zu halten. Und somit kam es jetzt halt für Brandix eben, dass wir da Probleme hatten in der Richtung. Und das scheint jetzt sich zum Guten zu wenden. Das zeigt jetzt erstmal der Kurs. Interessant wird es jetzt nochmal Ende April. Denn da haben wir dann auch die Zahlen, sprich die Bilanz. Wie viel Geld ist denn tatsächlich auch in der Tasche des Unternehmens? Wie viel Barvermögen, wie viel Kernvermögen haben wir da? Ja, vielleicht sehen wir da auch mal nochmal eine Neubewertung der Assets von Brandix. Da hat man immer so gesprochen, so von circa 3 Milliarden Euro Immobilienbestand. Und eben unter dem Druck und in einem schwierigen Marktumfeld, das wir jetzt letztes Jahr gesehen haben, könnte es durchaus sein, das haben wir auch bei Vonovia gesehen, wird es da durchaus zu Wertberichtigung kommen. Dann sind wir eben vielleicht nicht mehr bei 3 Milliarden. Vielleicht bewegen wir uns da wieder mit einem, ja, nicht ganz so, also nimmt man einen zweistelligen Abschlag vielleicht nochmal tiefer. Eben auch, wenn man weiß, dass das Unternehmen hier, dass da der Schuh drückt in Sachen Schuldendienst. Die müssen also ein Stück weit verkaufen. Und das wissen natürlich auch die anderen. Entsprechend wird das eventuell ein bisschen sich negativ auf die Preise auswirken, die da zu erzielen sind. Genau, Starook, das nur am Rande, gibt es ein schönes Video von Martin Schmidt von Finanzgeschichten.com. Ich gucke mal, wenn ich daran denke, ich verlinke es euch unten. Ansonsten könnt ihr mal gucken, Finanzgeschichten, Starook, da ging es um die Leoni-Aktie. Das kann auch durchaus sehr, sehr, ja, schwierig werden. Das kann also in Richtung Enteignung gehen. Sprich, wir würden die Aktien einfach ausgebucht, ja, hast verloren, so ein Schüss. Und ein Großaktionär bekommt da quasi alles. Der bekommt neue Aktien, sagen wir es so. Auch das kann funktionieren oder, ja, kann passieren, funktionieren. Für mich funktioniert das nämlich gar nicht mehr. Ich habe dann Totalverluste auf meiner Seite. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Da habt ihr ein bisschen besser das Thema beleuchtet. Ja, BASF hat sich gut entwickelt. Novo Nordisk läuft nach wie vor. Auch Shell immer noch gut dabei. Da gab es kurz mal so eine Schwächephase. Jetzt, ja, haben wir uns wieder nach oben. Geschockelt, ja. Ich wollte eigentlich mal, ja, sind das, ne, sind nicht ganz die Höchstkurse. Irgendwann so Richtung 32 Euro, dann ist irgendwann wieder Ende. Fastenal, ganz toll. Anhebel ein bisschen besser gelaufen. Und ansonsten ist so alles plus minus null, sage ich jetzt mal, ne. So 5% plus. Hier unten haben wir irgendwo 5% minus. Das ist auch alles. Ich kann hier gar nicht mehr scrollen. Mehr seht ihr nicht. Schlecht gelaufen ist es bei der Zoetis und bei China Water Affairs. Die haben nochmal ordentlich Federn gelassen. Sind bis 64 Cent hochgelaufen. Das war schon mal generell ganz gut. Trotzdem sehe ich da jetzt keine größeren Probleme. Kann man so laufen lassen. Trotz allem, hier ist eine Order im Markt. Vielleicht würde ich mich da über kurz oder lang nochmal trennen, wenn ich da nicht eine signifikante Entspannung sehen würde. So. Ich habe schon wieder viel zu lange gelabert, glaube ich. Noch schon wieder 13 Minuten auf dem Taro. Gehen wir also nochmal schnell durch hier beim März. Ich versuche gerade mal was anderes. Und zwar gehen wir jetzt mal hin. Kann man das hier? Ja. So. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Wir schauen uns an. Die Dividendenzahlungen für den März. Und da wird es ganz interessant. Auch Bullride. Da ist die Saison gestartet. Und da habe ich nicht mehr ganz so viel Gegenwind. Im April wird es nochmal weniger. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber beginnen wollen wir mit der Amgen. Die hat ausgeschüttet 30,80 Euro. Blackrock 13,31 Euro. Bondora 29,55 Euro. Bei Bullride nur ein Minus von 66,85 Euro. Also da tatsächlich die Erträge ein Stück weit höher wie im Vorjahr. Da mal Daumen hoch an der Stelle. Die Cash-Verzinsung bei Trade Republic 4 Prozent. 12,60 Euro waren das da. Dann haben wir Estet Guru mit nur noch 2,58 Euro. Klar, da läuft nicht mehr viel aktuell. Alles, was normal gelaufen ist. Das ist jetzt ziemlich draußen. Hier geht es jetzt an die Rückgewinnung. Honeywell 10,29 Euro. Der Invesco Fuzzi Emerging High Dividend Low Volatility ETF. 18,20 Euro. McDonalds 11,59 Euro. Microsoft mit 10,54 Euro. Bei Mintos gab es immerhin noch 34,62 Euro. Letztes Jahr war ein Sondereffekt. Da gab es einige Rückholaktionen. Deswegen hier mit 41 Euro der Ausreißer. Also sind wir auf Kurs. Nuvo Nordisk 24,86. Da macht sich diese starke Dividendenerhöhung jetzt wirklich bemerkbar. Das ist ein signifikanter Anstieg, obwohl ich doch nur meine Sparpläne stur und stetig weiterlaufen gelassen habe. Also ganz toll gelaufen an der Stelle. Robocash gab es 32,57 Euro. Bei Shell 29,70 Euro. Twino mit 39,15 Euro. Holla die Waldfee. Ganz starke Zahlen. Unilever 29,69 Euro. Union Pacific mit 10,44 Euro. Die United Health Group 12,54 Euro. Bei Visa gab es 3,93 Euro. Und bei der Zoetis 3,37 Euro. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir hier noch einmal auf die Performance. 1,58 Prozent gab es im März. Gestartet sind wir mit 145.197,72 Euro. Jetzt haben wir Endwert zum 31.03.24 von 148,573 Euro und 29 Cent. Also heute habe ich es mit den Zahlennummern gar nicht. Okay. Lassen wir es dabei. Ich versuche beim nächsten Video wieder ein bisschen wacher zu sein. Ja. Und ja. Jetzt kommt der Uhrschreie da unten noch. Es wird Zeit zum Abbrechen hier. Ende Gelände. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Konntet euch ein bisschen motivieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.